So schön wie es ist, aber mal warm und mal kalt und dann schafft es mit Anstrengung. Wir haben gestern so einen Radler gefahren und da sind wir 60 Kilometer und da haben wir ganz schön weit. Ich bin gespannt, also schon langsam, aber nicht schnell oder frisch? Wie war das? Ich habe mir gedacht, ich fiel. Die sind sehr zu warm. Ja, ja. Es geht immer flach am Ende und lang. Aber wenn ich durchfahne, dann immer die Bläder erladen. Die sind ja bremst. Gegenwild. Aber sonst steht es so schön mit dem Wind. Ja, richtig schön durchfahnen. Die sind die Mengen nix. Aber uns machen wir andere. Nicht so, so gibts den Mund. Nein, das macht schon nicht ganz schön. Schau, bei mir ist das... Mit der Klappe und Bezaukel. Geht's auch, ja. Weil er hat Angst, dass ich da in den Finger eine schweiß. Wow. Siehst du, jetzt fällt er runter, dann fängt er nicht, Marcelina. Schau, guck mal, wenn es so gibts... Dann beißt er mir an den Finger, da hat man gerade schon in den Finger bis. Ach, schmarrn. Dann beißt er doch nicht an. Dann darfst du eben nicht zweit rein. Dann beißt er doch nicht an den Finger. Dann beißt er doch nicht an den Finger. Dann beißt er doch nicht an den Finger. Dann werden wir wieder. Dann beißt er doch nicht an den Finger. Dann beißt er doch nicht an die Finger.